Wenn man verliert, fragt man sich, ist das alles umsonst? Und welches Gefühl danach kommt, das ist eigentlich entscheidend. Wenn ich hinfalle und mir denke, das motiviert mich eigentlich nur noch mehr, um weiterzumachen. Denn ich will es jetzt mehr als jemals zuvor. Dann weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Musik 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 Musik